Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Euch noch einen erholsamen guten Tag. Das Monat vergeht super schnell. Also nächste Woche haben wir den 27. Sonntag der 28. Montag ist dann der 1. März. Und da frage ich mich dann, wo rennt das alles bitte hin? Aber jetzt mal zu etwas anderes. Nein, ich gebe nicht an. Ich habe mir in der Woche diesen Finger verbrannt. Aber es waren keine Luftbläschen. Es hat wehgetan. Und ja, ich habe es dann den Medienmarktmitarbeiter gesagt. Ich meine der Mitarbeiterin, weil er ist ja kein Mann, es war eine Frau. Ich habe ihr gesagt, entschuldigen Sie, dieses Handy ist aber brennheiß. Und daher sie für diese Abteilung nicht zuständig war, hat sie es ihrem Kollegen gesagt. Und ja, es kann passieren, aber muss nicht und darf und sollte auch nicht passieren. Alle anderen Smartphones dort waren eisig kalt. Nur das OnePlus Nord N100 war das Display sehr heiß. Und da würde ich eher raten, dass man das im Auge behält. Und danke auf jeden Fall. Und danke auf jeden Fall.